Hiho, hier ist Ronja und wir bauen heute was zum Thema Geburtstagsfeier Zusammen mit dem Flo und der Topst hat wahrscheinlich wieder einen sympathischen Teammate an seiner Seite Ja, Peeper5, nur ist es Das hab ich gecallt, das hab ich gecallt, das hab ich gecallt, das hab ich gecallt, das hab ich gecallt Wir haben vorher gewettet, wer ist denn? Nein Okay, unser, unser, mein Mate, okay, was machen wir denn für Geburtstagsfeier? Okay, was machen wir schon? Wollen wir eine Torte machen, oder? Ja, ja, wir machen in der Mitte einen Tisch Ja Und, okay, warte, ganz ruhig, warte, ich mach kurz zur, warte Der Tisch muss nicht riesig sein, aber es sitzen mehrere Kinder dran Oh, das ist nicht, nicht gut Warte, was ist das für... Nimm, mach einfach Mausrad an, werd mal ein bisschen, dann kriegst du's Warte, warte, nein, 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 ich mein, nicht Ich mein, von der Struktur, was ist der mittlere Block? Wird das ein Tisch mit sechs Beinen? Ja, ja, rechteckiger, rechteckiger Ja, aber, haben die sechs Beine? Was? Nein, das ist nur zur Dings, damit ich weiß, wo die Mitte ist Mein Maid hat Sand als Boden gemacht Das ist doch schon mal ein Fortschritt, der weiß wenigstens, wie man Sand schreibt Das ist schön, das freut mich Okay, komm, ich dachte, wir machen hier, so, schau mal, schau mal Warte So, damit diese Ecken Dings sind Okay Nein, so ein Glas, dass das so ein Glastisch ist Oh, okay Interessant, interessant Okay, 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 ich mach ja schon was Jetzt machen wir hier die Stühle mit den Kindern Richtig Alles klar Aber das müssen nur so kleine Hocker sein, das muss nix riesiges sein Ja, man soll ja die Leute sehen Mhm So Warum wird die Torte einfach drauf? Ja, sorry Der ist einfach wieder komplett brain AFK Okay Macht der denn was, oder steht der einfach AFK rum? Äh, beides Also der hat grad einen Ofen in der Hand Ich weiß ja nicht, wie viel man so Ofen braucht, aber Oh, der hat zwei Ofen platziert Oh, ein dritter Ofen ist schon noch dabei Warum ich das so lustig finde? Aber Tops kriegt immer so furchtbare T-Rates Ist ja nicht mehr feierlich Oh, wie macht der noch, alter Multinatur-Talent? Ich glaub, ich glaub, Tops hat einfach einen Rank auf diesem Server Und der kriegt einfach nur so Leute Ich glaub, Tops hat absicht gematcht mit denen Ich weiß auch nicht, was da los ist Ich weiß nicht, ich glaub, das ist so eine höhere Macht, weißt du Ich glaub, Tops Ich glaub, intern im Leben gibt's so einen Rank Und dann sagt einfach so, weißt du, so eine Macht Nee, 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 weißt du Nee, es ist, Tops Wie baut man einen guten Endkuchen? Ich glaub, wenn man schon mal reported wurde Kann man nur mit anderen, die auch reported wurden, gematcht werden, Tops Ich borde noch nie was Wom soll man mich reporten? Ganz ehrlich Weil wenn du Teammates hattest, die einfach den ganzen Boden voll abgebaut haben Oder, du weißt schon Ja, keine Ahnung, ich such mir das ja nicht aus Ich will das ja nicht mal Was machst du, was machst du? Ich baue eine Platte, wo der Kuchen drauf kommt Achso, mach so ein, nee, ich würd sagen, mach einfach ein großes Teller oder so Ich dachte, das wird ein großer Teller Okay, wie mach ich den großen Teller? Das ist Quarz Okay, okay Mach Warte, hier ist die Mitte Okay Ich finde es gut, dass wir das hier symmetrisch aufbauen Ja, ja, ja Richtig, Tops Keine Ahnung, was du meinst Richtig Ich finde ich das Schade Ich habe gehofft Weißt du, es wird vielleicht nicht so schlimm Dann kriege ich denn immer solche Folgen Also langsam habe ich das Ich weiß nicht Ich such's mir ja nicht mehr aus, weißt du Ich krieg immer so die Mittlerweile ist es auch einfach Vor jeder Folge Ja, haben wir die Predictions gefehlt Ja, wird's wieder ein schlimmer Mensch Hat Tops wieder, keine Ahnung, verloren Ja, aber es war's da oder Es war's da oder Lauffehler Damals in meinem früheren Leben irgendwie kleine Hunde weggequält Bestimmt, irgendwas hast du verdient Ja, irgendwas habe ich wahrscheinlich gemacht Irgendwas habe ich verbrochen Dass ich durchgehend diese Mates kriege Ich kriege durchgehend diese Mates Es ist ja nicht ein Einzelfall Es ist wirklich Es ist mittlerweile eine Regel Ja, es ist mittlerweile einfach zur Norm geworden Von drei Aufnahmen kann ich zwei nicht nehmen, weil ich Das ist echt so Vor allen Dingen, wenn ich alleine aufnehme Das ist das allerwitzigste, wenn ich dann eine Mates habe Ja, ist es dann auch schön Wenn du alleine aufnimmst Nein, nicht Hast du da Spaß bei? Nein, habe ich nicht Ich glaube, Tops, du verkrampfst dich aber auch zu sehr Ja, vielleicht Vielleicht bin der Typ einfach so eine Kreativität ausleben Ja, vielleicht hat der wirklich eine kreative Seite Der lebt mal garantiert was anderes aus, aber nicht seine Kreativität Ich glaube, der hat irgendwelche Jetzt nimmt er auch Was macht er denn jetzt? Oh, jetzt Ah, Diamanterz mit Obsidian Nein Der macht einfach so einen richtig schönen Block Ich weiß ja nicht, was der jetzt Weißt du, manchmal muss man auch einfach einen richtig schönen Block bauen Weißt du, wenn das Bedürfnis zu groß wird, dann startet man halt eine Runde Masterbilder so Ja Ja, Tops, ich meine Ja 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 Passiert dir das nicht? Nein Okay Schade Ich habe immer so einen Impuls, wo ich einfach nur den PC anschreien will Okay Das ist aber Vielleicht hat der das auch Vielleicht denkt ihr Junge, ich will ja gewinnen und der Typ hier baut alles ab, was ich mache Ich bau ja nichts ab, ich bau ja selber meine Dinge Du baust nicht mehr mehr ab, du haste aufgegeben Ja, ich, 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 vielleicht irgendwann reicht es ein, vielleicht kannst du einfach aufgeben, hörst einfach ab Okay Du musst, du musst wissen, wann es vorbei ist Du musst wissen, wann der Krieg verloren ist Du musst wissen, wann der Krieg verloren ist Ich weiß, wenn du, äh, du Vielleicht regt sich der auch gerade so auf über dich Der kann sich nicht aufregen, der weiß nicht mehr, wie ein Aufregen schreibt Okay Das ist jetzt hart Nein Mein Kuchen sieht hässlich aus, Flo Mein Kuchen sieht... Oh, das ist ja der Ausschlag Der geht voll, der geht voll Der hat Diamanterz einfach eingebaut mit Obsidian Guck mal, das ist ein Visionär Der... Oh, guck mal die... Warte, machen wir denen noch Gesichter? Ja, mach den Hüte, mach den Hüte, ich mach die Gesichter Hüte? Okay, ich mach Hüte, ich mach Hüte Ich bin... Ein Freund des Huts Macht man die aus Wolle? Was? Was ist denn Wolle? Einfach irgendwas ganz simples Warte, ich mach diese Geburtstagshüte, gell? Meinst du diese... Ja, ja Okay, Notlosung, äh, ich hab keine Zeit für Dings Ich bin machen jetzt, äh... Oh nein Es wird kein guter Hut Oh je, oh je, oh je, oh je Es wird kein guter Hut übrigens Nochmal Als, äh... Äh... Das versaust du schon, Ronja, ich glaub an dich Äh, oh Gott, das ist hässlich Ich mach das wieder weg Ich... Warte, warte So, das ist der Hut Oh je, nein, 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 nein Mach dem nur... Gib nur einen an deinen Hut Ja, ich hab nur einen den Hut gegeben Oh Gott, oh Gott Okay, ich glaub das passt Oh weia Warte, was hat der? Elf, oh nein, Zahl, stimmt Oh der, guck mal, der ist gar nicht schlecht Elf ist voll okay, muss ich sagen Das ist wirklich... Ich geb' ihn gut sogar Das ist, das ist, das ist, das kriegt ein... Das kriegt ein, das kriegt ein okay Ich geb' ein okay Ich geb' ein okay Ich geb' ein okay Ich geb' das... Was ist mit der? Oh der hat auch so ein... Okay, das ist nicht schlecht Das andere hat er gemacht Das andere, guck mal Ich geb' ein okay Warum macht der noch n' Zaubertisch dahin? Ich krieg' mein Leben nicht! Aber es gab schon Schlimmeres. Guck mal, der hat ein Geschenk. Geschenk ist gar nicht rum. Ah, das ist aus wie der Pizza, die ein bisschen explodiert ist. Das andere finde ich schwer. Ne, das finde ich nicht gut. Also, ich habe ein Okay gegeben. Guck mal, der hat auch den Kuchen nachgebaut. Der hat einen besseren Kuchen als ich gebaut. Warum nicht Luftballons? Oh, mit einem Smiley. Oh, ehrlich? Oh, den Smiley habe ich gar nicht als solchen erkannt. Ne, und Roblox. Ach guck mal, wie süß. Okay, da gebe ich ein Gut für. Ähm, ich hoffe, ich gewinne. Du glaubst, du gewinnst. Ja, ich glaube, ich gewinne. Ich glaube, du hattest wirklich ein überzeugendes Kunstwerk. Was ist das? Das ist ein Kuchen? Ein Geschenk? Ich so mir leid, aber das ist ein Kacke. Das sieht ja auch komisch aus. Was? Oh, guck mal, der hat so richtig so die... Das finde ich nicht schlecht. Eine Idee mit den Kerzen ist gut. Mhm. Aber es gab schon welche, die besser waren, deswegen gebe ich okay. Ja. Äh... Ich liebe seine Augen. Der sieht irgendwie... Also, auch dieser Riesenwunsch. Der hat eine Dreigabel. Guck mal, der hat eine ganz berühmte Dreigabel. Was? Oh, ich hab vergessen... Ich weiß nicht, was eine Dreigabel ist. Der Kuchen ist aus Sand. Lecker, lecker. Und mit grün. Ja, kennst du das nicht, Sandkuchen? Das ist das allerbeste. Ich hab früher wirklich Sandkuchen gegessen. Ja, es gibt Sandkuchen. Also, richtigen Sandkuchen. Ne, ich hab mir eigene gemacht. Kannst du die... Ja. Guck mal, der hat auch den Kuchen als Vorlage und hat vergessen, den abzubauen. So wie wir. Ey, unsere sind noch verzichten, aber ich find unsere schön. Ich find unsere auch nicht schlecht. Oh, guck mal, mit den Augen und so. Ja, der Mittlere freut sich voll. Was? Aber wir sind Zweiter, Zweiter, Zweiter. Ja. Bin ich für'n Platz. Das bist du. Äh, hä? Oh, warte mal. So, ich bin wieder aufgestiegen. Oh, ich bin dritter Platz. Oh, guck mal. Bohnenstange. Bohnenstange. Oh, das cool. Warum denn... Was? Das ist wirklich cool. Bitte. Ja, kennst du nicht dieses Märchelings? Einfach, geil. Also, wir bauen jetzt einfach... Nein, Ronja, kennst du nicht die Bohnen, die hochwächst, wo man so im Himmel kommt dann? Ist es eine Bohne? So ein Märchen ist es, glaube ich. Ist es eine Bohne? Ehrlich? Ja, wie heißt das? Ähm, das mit dem Riesen. Wie heißt das? Ja, mit dem Riesen. Äh... Ja, aber ich weiß, was ihr meint. Tatsächlich. Echt? Ja. Hast du Märchen gelesen früher? Ja, ja, relativ viel sogar. Deswegen. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint, aber ich bin nicht sicher, wie es heißt. Ey, irgendwie ist das nicht asymmetrisch, aber... Es ist egal. Bohnen wachsen nicht asymmetrisch. Habe ich noch so Äste rauswachsen lassen? Ja, aber ja, ja. Mach's mal alles einen Sticker. Okay, das krieg ich ja. Ja. Und du kannst noch Blätter dazu bauen. Ein paar, dass es so ein bisschen mehr Dings rankiger aussieht. Vielleicht Köpfe in grün. Köpfe in grün. Das ist eine gute Idee. So, und oben mach ich dann eine Fliegen-Dinsel, oder? Äh... Oder so eine Wolke, so eine... Ja, ja, ja. Das ist eine gute Idee. So. Mach ich aber auch gerade. Ich glaube, du bist ein bisschen Ideenklauer. Ja, aber ich weiß sonst nicht genau, was damit gemeint sein. Bohnenstange ist ja für mich eigentlich so einfach nur Bohnenstange. Ich werde irgendwer baut eine Bohne mit so süßem Gesicht und gewinnt. Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich, was passieren wird. Ich mein, sowas passiert immer. Okay. Äh... Aber dein Teammate ist gelieft tops, ne? Sagst du? Ja, der... Ich weiß nicht. Das ist einfach so ein Trauerspiel. Aber ich glaube, ich bin besser dran ohne ihn als mit ihm. Ja. Weil oft... Oft ist es Sabotage. Aus meiner Erfahrung. Aber man hat ja vorhin gesehen. Ich weiß nicht, was deine Mission war und dass er damit klar machen wollte. Ich meine... Vielleicht hat er was Gesellschaftskritisches gehabt. Ja, genau. Gesellschaftskritisch. Ja, der war gesellschaftlich ziemlich kritisch am Thema vorbei oder so. Aber mehr oder nicht. Was denn? Das ist jetzt aber... Schon hart oder nicht? Findest du nicht? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es ganz fair so von mir. Okay. Okay. Warte, willst du vielleicht oben ein bisschen die Wolke ausbauen? Ich baue die Wolke aus. Ich finde es gut, dass ich einfache Aufgaben kriege, die ich auch lösen kann. Die ist mal die Geschichte mit der Zauberbohne. War das die Zauberbohne? Wie ist das so? Ich weiß es nicht. Wo dann die armen Bauern... Das haben die bei Disney nachgemacht von Mickey Maus und so. Ich? Ja, die haben das so nachgestellt. Mickey und die starken Männer. Nein. Äh, Dinge sind es hier. Wie hieß es? Ähm... Ich weiß nur noch... Das habe ich früher gesehen. Zumindest wo die dann irgendwie sich so ein Brot abschneiden mussten. Und dann irgendwie kein Brot mehr hatten. Und dann mussten sie ihre letzte Kuh irgendwie verhandeln. Topps, du erzählst Geschichten wirklich schön. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ah, die letzte Kuh verhandeln. Ja, das macht man Österreich auch jeden Tag. Das weiß man ja, ne? Und Flo, wie viele Kühe bist du wert? Ähm, dreieinhalb. Ach so. Ach so. Es gibt tatsächlich... Es gibt irgendwie eine App, die dir ausrechnet, wie viel Kamele du wert bist. Ja. Ich wollte gerade sagen, mit Kamelen handelt man ja wirklich im Nahen Osten, oder? Im Nahen Osten, ja, ja. Ich bin viele Kamele wert. Wie viele Kamele wert? Ist das nicht so ein Klischee oder so? Ne, das macht man ehrlich. Wirklich? Kamele sind dort wie viel wert? Oder heilig oder irgendwas? Ich weiß nicht, die heilig sind, aber die werden halt... Oder die Ziegen sind heilig. Soll ich auch Glas oben drauf machen? Ja, oder? Ne, das ist nur so, dass ich so dieser... Du weißt schon. Ach so, ja, dieser Dunst, der so drumrum ist. Dieser Puff. Dieses Ding, so dieser Effekt. Ja, ja, ja. Diese Puff. Okay, ich mache jetzt... Ich weiß nicht, was du meinst. Ich mache jetzt diese grünen Köpfe. Um alles rankiger zu machen. Aber mach so ähnlich an das hier dran, wie es geht. Also so ähnliche Farbe. Okay, okay. Ich such grad... Oh, nee, das ist keine ähnliche Farbe. Warte mal... Ich glaube, es gibt ja keine ähnliche Farbe. Die sind alle ziemlich aggressivfarbig. Gronja ist aggressiv. Ich mache das doch hier. Das sieht gut aus. Ronja ist aggressiv. Aggressive Ronja. Die Ruhe selbst. Aggressiv war Tobias, du meinst du voll? Die Kuh. Die Kuh selbst. Das findest du witzig. Der lafft da drüber. Sowas... Sowas mag er. Ja, das mag ich. Das ist ein guter Humor für dich. Komm. Das sieht aus wie so Ansätze, wo dann weitere Äste rauswachsen könnten. Potenziell. Ich glaub, die Leute verstehen das nicht. Boah, das wird nice aussehen. Schau mal. Dass das wirklich so ausschlägt. Oh, nice. Ich glaub trotzdem, die Leute verstehen das nicht. Ich sag, wir gewinnen da nichts. Könnte was sagen. Vielleicht könnt ihr's verstehen. Wenn nicht, dann... Guck mal, ich mach dir noch, dass das hier auch noch so Dings hat. Dass es noch so unten so wieder ranken schlägt. Oh, nice. Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Okay, dann... Die andere ist auch überhaupt nicht das richtige Grün. Ich hab jetzt so ein helleres Oliv-Dings genommen. Weil das vom Farbton gepasst hat. Äh, sollen wir noch so eine Ranke machen, die rausgeht? Ich mach jetzt eine Ranke, die rausgeht. Wir haben noch zwei... Kann man eigentlich Ranken hier machen? Das würde mich interessieren. Kann man Ranken eigentlich essen? Ja, ich könnt mir vorstellen, Flo hat wahrscheinlich wirklich mal probiert... Oh, ey, der sieht echt nice aus. Und oben bauen wir dann noch so ein, äh, königliches Hasen oder wie? Äh... Er wohnt im Schloss ganz oben immer nen Riese. Das wurde ja immer der... Ein Schloss ist ne gute Idee, danke, Jobs. Aha. Siehste? Gute Arbeit, Jobs. Bin der Beste. Oh, ich hab das Höhenlimit erreicht. Oh. Es gibt ein Höhenlimit? Ja, das wusste ich gar nicht. Verrückt. So. Ey, dann macht es nicht mehr Sinn, dass die Ranken so... Ey, wenn du willst kannst du Wolkenpartikel hinmachen. Warte, 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 mach ich sofort. Was sind denn Wolkenpartikel? Äh, ja, Arrow. Okay. Äh, warte, ich muss jetzt mal das ausmachen. Partikel. Wolke. Unter die Wolke, ha? Effekt Wolke platziert. Ah, okay, das ist... Das fliegt irgendwie immer so weit weg. Oh mein Gott, okay, ich muss richtig schnell machen. Okay. Wir probieren irgendwo so... Oh, du baust ein komplettes Schloss? Ich mach die Wolken-Effekte, keine Sorge. Ich mach ein paar mehr. Uff, meins sieht eher so so lala aus, aber... Sieht aus, ob es schneit. Aber das ist okay. Äh, soll ich nach unten irgendwas, wo es aus der Erde rauskommt? Was gibt's denn noch für gute Effekte? Nein, 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 nein. Punch, punch, punch. Schau einfach, dass oben das irgendwie fancy aussieht. Ich weiß nicht, wie die... Aber das ist okay. Oh, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Ich sag, wir haben ne Chance. Ich sag, die Leute appreciaten es genug, um zu sagen, hey, das ist doch was. Warte. Ich mach ein bisschen Gras. Okay, ich hab oben noch ein Billagehain gepackt. Wir haben auszunehmen, auszunehmen. Das... Aber die haben das ähnliche Konzept, das heißt, wir haben ne Chance. Oh, ich hab vergessen zu Wort. Der ist so hoch... Irgendwie... Ich find's nicht so gut. Irgendwie wird man geportet. Was ist denn das? Wir haben einmal das Höhenlimit erreicht wahrscheinlich. Ah, okay. Äh... Ja doch, wir haben... Wir haben genau das Richtige gebaut. Ich glaub, wir haben das... Wir haben das Richtige gebaut, ja. Aber das finde ich nicht so gut. Ne, unsere ist das Schöne. Okay, tops. Oh, die hat so... So... Schwarze... Das hab alles ich gemacht. Oh, du hast auch die Wolken-Effekte. Weißt du was? Ich geb den gut. Dafür, dass du alleine warst. Und dir so viel Mühe gegeben hast. Guck, in der Zeit... Sieht nicht so gut aus. Guck mal, da ist ein Kackhaufen drauf. Tops. Haha. Da geb ich doch einen Kacker. Haha. Aber einen super Kack. Haha. Okay, das sieht... Guck mal. Wir haben alle das gleiche Konzept. Aber mehr oder weniger. Ich weiß nicht, was der gelbe Haufen ist. Ich geb den okay. In der Wolke soll das sein. Ne, der gelbe Haufen. Unsere ist echt. Das hängt auch noch so richtig. Ja. Und die Wolke ist auch richtig füll. Hören wir uns. Ich find das Haus ist wirklich schön geworden. Okay, was ist das? Was soll ich? Okay. Das... Oh, der hat es auch so ähnlich gemacht wie wir. Ja, aber der hat das falsche Grün benutzt mit den Knöpfen. Oh, Gold hat er oben gemacht. Ich geb den okay. Ich geb den okay. Das sieht... Äh... Alter... Es führt nirgendwo hin. Ich weiß nicht, was das Rote ist. Soll das Boten sein? Dann geb ich... Es tut mir leid. Aber die anderen waren besser. Geb ich Kacka. Ja. Dann müssen Realismus unter einsporen. Aber es ist nix oben. Oben ist nix. Kacka. Sorry. Ja, same. Also ganz ehrlich, ich hab vielen okay gegeben. Deswegen... Ist das schlechter. Das heißt, das ist n Kacka. Von dem ihr Legendary gekriegt. Das ist so'n Team mit den Toops immer gekriegt. Guck mal, die haben... Der ist... Der hat aber auch... Was soll das sein? Ich geb ihm sogar n' Gut, weil man da mehr kennt. Der hat... Ich glaub, die haben sich zu viel vorgenommen. Ich wollte auch grad sagen. Jetzt vielleicht ein bisschen ne zu große Wolke vorgenommen. Das können wir holen. Das können wir holen. Das können wir holen. Das können wir holen. Wir können in den Himmel. Der hat Melonen gebaut. Der hat Melonen gebaut. Okay. Ah, ich geb ein Kacka ist drin. Welche Melonen sind? Kacka ist drin. Das hat sich super Kacka gegeben. Okay. Das ist... Also sorry, aber das ist super Kacka. Warum wächst dein Roblox Charakter? Wusstest du nicht, dass die Roblox Charakter eigentlich... Oh, wie gewinnt das? Nice. Mit Abstand. Ja? Guck, uns ist... Easy. Ich sag, die Widerhagen am Boden haben's gezogen. So, das war's dann aber auch mit dieser Folge Master Builders. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Und schreibt einen Kommentar. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Pferdenfalle. Was? Du sag... Tschüss.